Mit einem erwartungsgemäß ruhigen Freitag endete die 113. GDS in Düsseldorf. Am dritten und letzten Messetag zogen die Aussteller Bilanz. Also Sie sehen mich strahlen. Wir hatten einen sehr, sehr guten Messeverlauf, mit dem wir eigentlich so nicht rechnen konnten. Ich habe das vernommen, dass die Resonanz auf der Messe insgesamt etwas verhaltener war, was man ja auch gesehen hat. Aber nichtsdestotrotz für uns war das ein bis jetzt sehr guter Messetag und wir hoffen, dass der letzte Tag nicht typischerweise irgendwann abbricht, sondern dass auch noch möglichst viel Frequenz da ist. Eines der wichtigsten Themen der Messe waren Farben für die Herbst-Winter-Saison, die vom Handel verstärkt eingekauft wurden. Es ist jetzt von den Klamotten bis zu den Schuhen runtergegangen. Auch farbige Schuhe in grellen Farben können getragen werden und das haben wir auch jetzt erfolgreich für den Herbst-Winter verkauft. Man spricht da ganz speziell von den Gewürzfarbtönen, Safran, Curry, Beerenfarbtöne, die wir dann haben und dann noch als dritte Gruppe die Blautöne, Petrolfarben. Da zeigen wir sehr, sehr konsequent auch zum Winter jetzt nochmal richtig Farbe. Das Unternehmen Gore nutzte die GDS, um auf einen laufenden Deko-Wettbewerb hinzuweisen. Es handelt sich um einen Deko-Wettbewerb, den wir allen Partnern anbieten möchten im Handel, die sich mit dem Thema Gore-Tex Surround auseinandersetzen. Unsere relativ neue Lösung für einen Schuh, der rundum funktionsfähig, atmungsaktiv und hundertprozentig wasserdicht ist. Am besten eine sehr fantasievolle, schöne Gore-Tex Surround-Dekoration umsetzen in ihrem Fenster, in ihrem Verkaufsraum. Und dann bitte davon Fotos machen, Bilder machen und an uns einsenden. Wir werden dann die Gewinner definieren und wir freuen uns, dass wir dann einen bestimmten Besucherkreis, Händlerkreis im Oktober mit nach Schottland nehmen können. Und schrill und laut ging es wie gewohnt auf der Design-Attack zu, die vor allem jungen Labels eine Plattform bietet. Traditionell fand am letzten Messetag das Abschlussgespräch von Schuhkurier statt, in dem Branchenvertreter Themen wie das Verhältnis von Vor- zu Nachorder, die aktuelle Mode sowie die Herausforderung Internet diskutierten. Ich glaube, viele Unternehmen haben das Internet ein Stück weit unterschätzt. Jeder macht so ein bisschen mittlerweile mit, wobei ich immer nur sagen muss, das ist eben halt ein bisschen schwieriger, als dass man einfach eine Seite programmiert. Sondern die gesamten logistischen und organisatorischen Voraussetzungen, die da hinter den Kulissen laufen, sind sehr, sehr vielschichtig. Aber darüber hinaus haben wir das Thema, dass wir einen Werteverfall haben. Couponing und ähnliche Aktivitäten, ob Coupon oder anderer Art, führt dazu, dass wir eine Rabattschlacht im Prinzip am Anfang der Saison bis zum Ende der Saison haben. Und das ist für die Branche, sowohl für Industrie als auch für den Handel, eine erhebliche Herausforderung, damit in der Zukunft vernünftig umgehen zu können.